Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit Angelo und Melanie. Heute stellen wir euch Dinosaur Island von Pandasaurus Games vor. Das Spiel ist für zwei bis vier Personen und von, ich muss es ablesen, Jonathan Gilmore and Brian Lewis. And Brian Lewis? Melli erklärt euch ganz kurz, worum es in Dinosaur Island so geht. Natürlich, hier passend zu uns ja ein echtes geiles Dino-Spiel. Wir haben jeder einen Vergnügungspark und versuchen den natürlich am besten, am tollsten, am schönsten auszubauen, die meisten Besucher reinzulocken und dabei die meisten Punkte zu machen. Genau, das Ganze ist so ein Jurassic Park als Brettspiel, oder? Ja, richtig. Und wie das jetzt funktioniert, zeigt euch Angelo in den Regeln. Ich zeige euch hier das Setup für ein Zweispielerspiel von Dinosaur Island. Zunächst legen wir die Spielplan-Teile bereit. Da brauchen wir hier den Punktezähler, dann die Phase 1, daneben kommt die Phase 2. Jeder Spieler bekommt seine eigene Phase 3, entsprechend der Spielerfarbe, und jeder Spieler bekommt ein Phase 4-Board. Alle Spieler entscheiden sich für eine Spielerfarbe. Ich habe mich für Rot entschieden. Wir platzieren vier unserer Arbeiter hier auf dem Phase 3-Board, unsere drei Wissenschaftler ebenfalls auf dem Phase 3-Board. Dann kommt einer unserer farbigen Würfel hier auf den Sicherheitslevel auf 1 und auf den Gefahrenlevel auf 1. Die übrigen Arbeiter stellen wir auf die Seite, so wie diese Plättchen, was die machen, erzähle ich später. Dann füllen wir unseren Kühlschrank entsprechend der Kapazität auf. Am Anfang haben wir eine Kapazität der einfachen Stränge auf 4 und der hochwertigen Stränge hier auf 2. Von den einfachen DNA-Strängen bekommt jeder Spieler am Anfang einen und von den hochwertigen noch keinen. Jeder Spieler platziert noch einen Dino, egal welchen, die sind nur optisch unterschiedlich, auf seinem Phase 4-Board, im ersten Gehege, was man hat. Danach platzieren alle Spieler einen ihrer Würfel hier auf 10 Punkte, auf den Excitement-Track auf den ersten Platz und dann der Turn-Order entsprechend, ihre Miepel, auf den Turn-Order-Track. Bestimmt jetzt noch einen Startspieler. In der Anleitung steht, man soll den Startspieler bestimmen, derjenige, welchen den Moskito im Bernstein am ähnlichen sieht. Wir machen das lieber zufällig. Der Startspieler bekommt dann 15 Geldmünzen. Der Spieler links vom Startspieler bekommt 16. Wird ihr mit mehr als zwei Spielern spielen, bekommt jeder weitere Spieler eine Münze mehr. Auf dem Phase 1-Board legt jetzt die entsprechenden Dinosaurier bereit. Die sind in drei Kategorien, die weißen, die rot-weißen und die ganz roten bereit. Die weißen kommen hier auf Level 1, die mittleren auf 2 und die roten auf 3. Von jeder Art wird eine offen aufgedeckt, die anderen bleiben für den Rest der Runde verdeckt und werden erst in der Aufräumphase wieder aufgedeckt. In der Phase 2 legen wir hier die Dino Research 2-Plättchen hier oben bereit, die DNA Refinement 2 hier unten bereit. Die Spezialisten kommen hier hin, die Attraktionen kommen hier hin und die Under Construction Teils hier oben hin. Danach decken wir zufällig in der 2er Reihe eine Attraction aus und ein Under Construction oder auch Lab Upgrade genannt. Das gleiche machen wir mit den Reihen für 3, 4 und 5 Dollar. Daneben platzieren wir in jeder Reihe noch einen Spezialisten. Was die machen, erkläre ich später im Detail. Achtet noch beim Aufbau darauf, dass die Attractions dem Kostenwert entsprechend sortiert werden. Die teuerste kommt nach unten und dann aufsteigend. Mischt dann den Kartenstapel für die Plot-Twists und zieht zufällig 2 Karten und deckt diese offen sichtbar für alle aus. Diese sind Game Changer, also sie verändern das Spiel von Spiel zu Spiel. Was sie machen, erkläre ich nachher auch nochmal. Die übrigen Karten brauchen wir nicht mehr und kommen zurück in die Box. Danach entscheiden wir uns, ob wir ein langes, mittleres oder kurzes Spiel spielen. Ich entscheide mich hier für das Video für ein kurzes Spiel. Hier ziehen wir pro Spieler eine Karte plus eine weitere. Diese werden ebenfalls offen aufgedeckt. Das mache ich gleich nochmal schön da oben. Und die übrigen Karten kommen zurück in die Box. Danach brauchen wir noch die Parkbesucher und die Hooligans. Wenn der Plot-Twist nichts anderes sagt, legen wir 70 der gelben Miepel hier rein und die 10 pinken Hooligan-Miepel. Dann schütteln wir alles und legen das für die erste Runde bereit. Dann brauchen wir noch diese DNA-Würfel. Und zwar sind die immer abhängig, oder die Anzahl ist abhängig von den Spielern, die mitspielen. Pro Spieler, die mitspielen, 2 Würfel plus einen zusätzlichen. In einem Spiel zu zweit, also 5 Würfel. Legt dann noch die Upgrade-Gehege bereit. Die brauchen wir, um mehr Dinosaurier zu bekommen. Die gehen von 2 bis 4. Wie läuft eine Runde Dinosaur Island ab? Wir spielen bei Dinosaur Island keine festen Runden, sondern wir haben hier Objectives. Und zwar geben die vor, was wir erreichen müssen. Die haben zum einen hier oben die Siegpunkte, die sie am Spielende geben, wenn man das Ziel erreicht hat. Und hier unten die Bedingungen. Hier beispielsweise muss man 12 DNA-Spränge im Kühlvorrat haben. Das sind die hier. Hat mir also Würfel im Wert von 12 hier drin. Darf ich dieses Objective beanspruchen? Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch etwas später. Das Spiel endet, sobald zwei dieser Objectives beansprucht wurden. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Ich erkläre euch jetzt kurz den Unterschied zwischen einem 2-, 3- und 4-Spieler-Spiel. Die Objectives ändern sich je nach Spielerzahl. Das hatte ich ja schon erwähnt. In einem Spiel zu dritt kommt eine zusätzliche Karte ins Spiel. Und das Spiel endet, wenn drei Karten beansprucht wurden. Und in einem Spiel zu viert kommt die fünfte Karte ins Spiel. Und ihr könnt es euch schon denken, das Spiel endet, sobald vier Karten beansprucht wurden. Ich erkläre euch jetzt kurz, wie man diese Objectives beansprucht, beziehungsweise für sich erfüllt. Habt ihr, wenn ihr an der Reihe seid, egal wann, eins dieser Objectives erfüllt, legt ihr ein eurer Marker auf diese Karte. Schafft es in dieser Runde noch jemand anderes, das gleiche Objective zu beanspruchen, darf er dies tun. Am Ende der Runde ist diese Karte aber für alle anderen Spieler gesperrt und kann nicht mehr beansprucht werden. Das Ganze läuft, wie ihr euch schon denken könnt, über die Phasen. Wir spielen zuerst Phase 1, dann kommt die Phase 2. In der Phase 3 spielen wir simultan und danach kommt nochmal die Phase 4 und dann die Auswertung. Wie das Ganze im Detail abläuft, erkläre ich euch jetzt. Zu Beginn der Runde schauen wir uns nochmal den Plottwist an. Die beiden Plottwists, die ich gezogen habe, haben nicht das Setup beeinflusst. Das kann vorkommen, dass wir mehr Hooligans reinmachen oder eben mehr Arbeiter haben. In diesem Fall dürfen wir einen zusätzlichen Spezialisten anwerben. Das erkläre ich, wenn es soweit ist. Und am Ende der Runde dürfen wir hier unseren Kühlschrank oder die Kapazität unseres Kühlschranks um 1 erhöhen. Denkt immer hier dran, das wird immer recht leicht vergessen. Dann beginnen alle Spieler mit der Phase 1. Zu Beginn der Phase 1 würfelt der Startspieler die 5 Würfel in einem Zweispielerspiel und platziert sie überhalb dieser Hexfelder. In der Phase 1 setzen wir unsere drei Wissenschaftler ein, um Aktionen auszuführen. Die Zahl gibt die Stärke der Aktion an. Ich erkläre euch die vier Felder, die möglich sind. Wir können einen Wissenschaftler hier auf ein Hexfeld setzen, um die DNA-Stränge zu beanspruchen. Hier kommt es darauf an, welchen Wissenschaftler wir einsetzen. Setzen wir den 3er-Wissenschaftler ein, bekommen wir diesen DNA-Strang dreimal. Bei diesem Doppelten wären es dann schon sechs und so weiter. Dann haben wir dieses Feld. Dies gibt vor, welchen Wissenschaftler wir einsetzen müssen, also den 1er, 2er oder 3er. Und wir dürfen eins dieser Plättchen für uns beanspruchen und in das Phase-4-Board einbauen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich im Detail. Hier dürfen wir ebenfalls den Wissenschaftler der Stärke einsetzen und die Kapazität unseres Kühlschranks erhöhen. Sprich, setze ich einen 3er-Wissenschaftler hier ein, darf ich beliebig einen dieser drei Würfel nach oben setzen. Entweder 1 und 3 oder die Aktion auf 3 aufteilen. Die letzte Aktion ist dafür da, wenn wir einen Wissenschaftler nicht einsetzen wollen, können wir ihn auf das Passfeld legen. Er wandert dann zu unseren Arbeitern und ist in Phase 3 ein zusätzlicher Arbeiter für uns. Wie schon gesagt, hier in Phase 1 setzen wir unsere Wissenschaftler entsprechend der Zahl, um Aktionen auszuführen. Ihr seht hier oben auf den Würfeln sind die DNA-Stränge. Es sind auf den Würfeln alle DNA-Stränge, die es auch hier im Kühlschrank gibt. Sie fallen eben zufällig. Nehmt ihr einen eurer Arbeiter, setzt ihr ihn hin und würdet jetzt, wie schon angesprochen, drei dieser DNA-Stränge bekommen. Im Spiel gibt es noch zwei Spezialwürfel, einen mit dem Dinosaurier und einen mit einem Miepel. Die können im Spiel vorkommen oder auch nicht, weil diese am Anfang ebenfalls zufällig aus diesen fünf Würfeln aus dem Vorrat genommen werden. Um einen dieser Spezialwürfel zu beanspruchen, muss ich meinen Dreier-Miepel setzen und darf dann den Würfel für mich beanspruchen. Der Würfel mit dem Dinosaurier sagt, ich darf kostenlos mein Gehege um eins upgraden, sprich ich dürfte gleich dieses Plättchen hier drauflegen. Oder wenn es das Miepel-Symbol wäre auf dem Würfel, dürfte ich mir sofort einen meiner Arbeiter hier in den Vorrat legen. Nachdem ein Spieler einen Wissenschaftler eingesetzt hat, kommt der nächste Spieler dran und darf ihn beliebig platzieren, den Regeln entsprechend natürlich. Ich mache das mal als Beispiel einfach hier, um das hier zu erklären. Er darf sich hier nun zwei beliebige DNA mal zwei, also vier beliebige DNA-Stränge erhöhen. Er darf aber nie über die maximale Kapazität dabei hinausgehen. Er schlägt quasi oben am Limit an. Ihr spielt dann so lange, bis ihr keine Wissenschaftler mehr habt. Am Ende der Phase 1 schauen wir jetzt noch, wie ihr gesehen habt, gibt es hier oben Punkte. Ist ein Würfel, der nicht beansprucht worden ist, mit einem Punkte-Symbol dabei, rutscht der immer mit der höchsten Zahl hier rüber. Und erhöht, wie hier unten steht, den Gefahrenlevel temporär um die Anzahl der Punkte. In diesem Fall hätten wir jetzt schon ein Gefahrenlevel für unseren Park von 2 plus den einen, den wir standardmäßig haben. Aber wie das genau funktioniert, erkläre ich euch in Phase 3. Dann haben wir noch die Plättchen, die ihr beanspruchen könnt. Die braucht ihr, um neue Dinosaurier zu bauen. Die sind Stufe 1, 2 und 3. Und umso schwieriger zu erfüllen sind sie. Denn wir haben zum einen hier die DNA, die wir benötigen, um diesen Dinosaurier in Phase 3 herzustellen. Dann haben wir hier unten den Excitement-Level. Der gibt an, wie viele Besucher in den Park kommen. Dann, wie viele Siegpunkte ein Dinosaurier am Spielende wert ist. Also habe ich hier 4 Dinosaurier drin, hätte ich schon 8 Siegpunkte. Und der Punkt gibt wieder an, um wie viel die Gefahr in meinem Park steigt, wenn ich hier einen Dinosaurier platziert habe. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erkläre ich euch in Phase 4 und 3. Habt ihr also die Phase 1 beendet und eure Wissenschaftler entsprechend platziert, kommen wir in Phase 2. In Phase 2 habt ihr 2 Aktionen. Und was könnt ihr hier machen? Ihr könnt zum einen eine dieser 4 Aktionen ausführen. Für 2 Geld, oder 2 Dollar, dürft ihr die einfachen DNA-Stränge eurer Wahl erhöhen. Also zweimal erhöhen. Ihr dürft für 3 Dollar das Ganze für, also um 3 erhöhen. Für 4 Dollar dürft ihr die hochwertigen DNA-Stränge um 1 erhöhen. Oder für 5 Dollar die hochwertigen um 2 erhöhen. Nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr aus dieser Reihe, oder aus dieser Reihe, oder aus dieser Reihe, oder aus dieser Reihe, wie es hier unten steht, ein Plättchen entfernen. Natürlich muss das Ganze in der Reihe sein, die ihr beansprucht habt. Also sprich, ihr habt hier die 2 Dollar Aktion gemacht, dann dürft ihr eins dieser drei Items entfernen. Ihr dürft aber auch, wenn ihr wollt, eine Attraction kaufen, ein Upgrade kaufen, oder einen neuen Angestellten erwerben. Das sind die Kosten, die hier oben stehen. Bei den Attractions sind die Kosten, die hier oben stehen, plus die Kosten, die hier unten stehen. Also in dem Fall müsste ich 5 bezahlen, um diese Attraction hier auf mein Tableau verbauen. Ihr dürft beim Verbauen niemals bestehende Gebäude überbauen, oder eben schräg bauen. Ihr müsst immer entsprechend der Felder die Plättchen legen. Das gleiche gilt hier. Kauft ihr euch ein Upgrade, kostet das 2 Dollar aus dieser Reihe. Das Ganze wird dann hier verbaut. Ihr dürft dieses Plättchen allerdings auch hier drüber bauen, hier drüber bauen. Ihr habt hier zwei leere Felder, die sinnvollerweise als erstes benutzt werden. Diese beiden braunen Felder dürfen nur entsprechend mit diesen Teilen überbaut werden. Dieses Teil kostet 3 Dollar, dieses Teil hier unten, der Upgrade für unsere DNA-Umwandlung, kostet 5 Dollar. Ihr könntet euch aber auch entscheiden, einen neuen Angestellten einzustellen. Das schiebe ich mal hier rüber. Ihr dürft im Spiel, wenn der Plot nichts anderes sagt, maximal drei Angestellte haben. Ihr platziert ihn dann hier rein, bezahlt die Kosten von 2 Dollar, von 3 Dollar und so weiter. Und bekommt jetzt für den Rest des Spiels dauerhaft diesen Bonus. Es gibt noch Angestellte, die hier oben dieses blaue Miepel-Symbol haben. Stellt ihr so einen ein, bekommt ihr sofort einen zusätzlichen Arbeiter in eurem Vorrat. Den entferne ich nochmal, weil wir haben ja nur 4 Arbeiter. Habt im Laufe des Spiels alle 3 Spezialisten oder Angestellten vor euch ausliegen. Und es kommt hier ein bessere, den ihr wollt. Könnt ihr natürlich hier einen entlassen. Das heißt, ihr verliert aber jeden Bonus, den euch dieser Angestellte gegeben hat, inklusive zusätzliche Arbeiter, wenn euch dieser Angestellte einen Arbeiter gegeben hätte. Ich erkläre euch ganz kurz, was hier auf diesem Plättchen zu sehen ist. Auf den Attractions ist zum einen ein Kategoriesymbol zu sehen. In diesem Fall ist das Food. Diese können sich wieder auf Spezialisten beziehen. Genauso wie es hier Rides gibt, also Vergnügungsfahrten oder eben Merchandise, Werbeartikel. Dann seht ihr unten den Kaufpreis. Auf manchen Karten ist noch hier, wie zu sehen, ein Siegpunkt. Das heißt, am Spielende bekommt ihr, wenn ihr den Hypercoaster gebaut hättet, noch einen Siegpunkt. Hier unten sind Plätze für die Besucher frei. Die geben euch dann in Phase 4 Siegpunkte. Und wenn ein Schrägstrich dazwischen ist, dürft ihr euch aussuchen, möchtet ihr einen Siegpunkt oder zwei Münzen haben. Auf diesen Under Construction Items gibt es, wie ihr schon denken könnt, Upgrades für bestehende Sachen oder auch neue Sachen. Es ist so ein grünes Feld dabei, heißt es immer, in dem Moment, wo ihr euch das kauft, bekommt ihr diesen grünen Bonus einmalig. In dem Moment, wo ihr es euch kauft. Danach verbaut ihr das hier und habt für den Rest des Spiels einen anderen Bonus. Ihr führt also in dieser Phase, wie schon gesagt, zwei Aktionen nacheinander aus. Sprich, der erste Spieler macht eine Aktion, dann geht es frei um. Dann macht der nächste Spieler oder der Startspieler seine zweite Aktion und macht wieder eine Aktion. Möchtet ihr hier nichts kaufen, könnt ihr auch passen. Für jedes Mal in der Aktion, wo ihr passt, bekommt ihr zwei Münzen. Wäre ich also dran, habe mir dieses Plättchen für zwei Dollar gekauft, lege es hier rein. Sind die anderen Spieler dran, dann komme ich wieder dran. Ich möchte hier nichts machen, nehme ich mir einfach zwei Münzen aus dem Vorrat und lege sie bei mir ins Feld. In Phase 3 spielen wir, wie gesagt, simultan oder ihr könnt simultan spielen, wenn ihr möchtet. Das heißt, ihr müsst euch halt natürlich alle gegenseitig vertrauen, aber ich denke, das ist die Standardvoraussetzung beim Spieleamt. Und zwar setzen wir unsere Arbeiter oder mitgenommenen Wissenschaftler aus Phase 1 hier auf dem Tableau ein und machen damit die Aktionen. Ich erkläre euch hier schnell die Felder. Hier könnt ihr einen Arbeiter einsetzen und dürft dann entsprechend DNA umwandeln. Ihr gebt zwei der Standard-DNA aus und wandelt diese in eine hochwertige DNA um. Sprich, ihr gebt hier die blaue und die lila DNA ab, wenn möglich, und bekommt dafür dann eine grüne hochwertige DNA. Hier unten dürft ihr beliebig viele Arbeiter einsetzen, deswegen hier steht auch Unlimited. Ihr dürft hier entweder euer Gehege erweitern pro Arbeiter, den ihr hier einsetzt. Dafür nehmt ihr euch hier oben ein Gehege der nächsten Stufe. Momentan haben wir ein Gehege mit Stufe 1. Dann gibt es hier Stufe 2 für 2 Dollar. Habe ich dieses gebaut und hier noch ein Arbeiter drin, dürfte ich das gleich für zusätzlich 3 Geld auf Stufe 3 erhöhen. Das sind einfach die Plätze, die wir brauchen, um Dinos zu produzieren. Ich mache das einfach mal, weil wir das nachher brauchen, um den Dino vorstellen zu können. Ich muss dann also 2 Dollar abgeben. Das nächste, was ich hier machen kann, ist mein Security-Level erhöhen. Das brauche ich immer dann, wenn ich neue Dinos in den Park bringe oder um diese temporäre Bedrohung aus der Phase 1 abzuwehren. Denn für jede Bedrohung, die ich nicht abwehren kann, verliere ich in Phase 4 2 Besucher. Die werden dann quasi, also nicht 2 Besucher pro Gefahr, die ich abwehren kann, sondern für jede Gefahr, die über meinem Sicherheitslevel ist, wird ein Besucher gefressen. Möchte ich also hier mein Sicherheitslevel erhöhen, pro Miepel darf ich das um 1 machen, bezahle ich hier die Summe. In dem Fall wäre das eine Münze und ich darf das auf 2 oder auf eine Stufe erhöhen. Möchte ich jetzt schon mit einem weiteren Arbeiter dies auf Stufe 3 bringen, müsste ich jetzt 2 zusätzliche Geld bezahlen und hätte jetzt momentan den Sicherheitsstandard erfüllt, den ich für diese Runde brauche. Hier unten auf dem Feld produziere ich einfach Geld, auf dem Feld produziere ich Geld, das reimt sich auch so schön. Hier für den ersten Arbeiter bekomme ich 3 Münzen, für den nächsten 2 und für den letzten noch eine, also zusammen könnte ich hier maximal 6 Geld bekommen. Dann gehen wir hier oben zum Dinosaurier produzieren. Für einen Miepel kann ich ein Dino produzieren, würde ich nochmal 2 hier reinstellen, könnte ich schon 2 produzieren, wenn ich denn den Platz hier habe. Ich habe den Platz nur für ein Dino, deswegen lasse ich den mal unten beim Geld stehen. Wenn ich den Dino produziere, muss ich wie schon angesprochen schauen, in meinem Park, was benötigen die Dinos. Hätte ich vorher dieses Blättchen gebaut, könnte ich natürlich auch hier ein Dino produzieren. Da ich aber keine gelbe hochwertige DNA habe, entscheide ich mich für den Standard-Dinosaurier. Ich muss also 2 beliebige Standard-DNA abgeben, das mache ich einfach mal, nehme den und den. Dann darf ich einen neuen Dino bauen, Melanie würde mir bitte einen reichen. Die Dinos sind wie gesagt nur optischer Natur, ich habe jetzt hier einen QNT-Rex reingebaut. Das heißt jetzt einen zusätzlichen Dino, mein Excitement-Level steigt um 1. Danke, Melanie. Und mein Gefahren-Level steigt ebenfalls um 1. Ihr seht schon, jetzt reicht mein Level der Sicherheit nicht mehr aus, um dies zu erfüllen. Ich hätte also hier lieber ein bisschen mehr an Sicherheit ausgeben sollen. Während des Spiels kann es natürlich vorkommen, dass ihr so viele Dinosaurier habt, beziehungsweise temporäre Gefahr, dass ihr mehr als 10 Gefahren-Level habt, dann setzt ihr quasi den Marker hierhin für 10 und beginnt dann wieder bei 1. Kommt ihr dann wieder hier unten hin, dreht ihr das Ganze um und fangt wieder bei 1 an, hättet jetzt schon 21 Gefahren-Level. Das gleiche gibt es hier für die Sicherheitsstufe, weil wir wollen das Ganze auch irgendwie abwehren können, mit 10 oder über 20. Seid ihr einmal bei der Sicherheit über 10 gekommen, kostet euch das nächste Upgrade quasi auf 11, nicht ein Geld mehr, sondern immer noch 5. Also ab Stufe 10 kostet euch jede weitere Stufe 5 Geld. Also sehr teuer das Ganze. Die legen wir wieder auf die Seite und dann kommen wir zu Phase 4. In Phase 4 kommen die Besucher in unseren Park und dazu schauen wir unseren Excitement-Level an. Der ist bei mir momentan auf 2 und so viele Meeple-Besucher darf ich hier zufällig aus dem Beutel ziehen. Ich mache das einfach mal. Ich habe jetzt zwei gelbe gezogen, das ist die beste Variante. Ich nehme aber gleich mal einen pinken raus, um euch das zu erklären. Für jeden gelben Besucher, den ich aus dem Beutel ziehe, die sich hier in der Warteschlange anstellen, bekomme ich eine Münze aus dem Vorrat. Jeder Besucher zahlt natürlich Eintrittsgeld, Eintrittsgeld, dann habe ich zwei extra Geld. Danach kommen diese Besucher in den Park. Die wollen natürlich aber auch irgendwas sehen. Das bringt also nichts, wenn ich die Besucher hier reinlege, weil hier ist kein Dino. Die geben mir keine Siegpunkte. Hier oben habe ich zwei Dinos und vier Felder, wo ich sie legen kann. Ich könnte sie jetzt also beide hier reinlegen. Kann ich sie reinlegen, bekomme ich entsprechend für jeden Meeple, den ich einbaue oder einlege, einen Siegpunkt. Das Ganze könnte ich auch hier auf den Hüten machen. Das ist schon ein vorgedrucktes Feld, gibt mir auch einen Siegpunkt. Hätte ich jetzt, wie angesprochen, dieses Rex Max Restaurant gebaut und lege einen dieser Meeple oder Besucher hier drauf, darf ich aussuchen, möchte ich einen Siegpunkt oder stattdessen zwei Geld haben. Dann haben wir diese Hooligans. Wenn ich diese ziehe, drängen die sich immer vor die anderen Besucher. Das heißt, ich bekomme zwar zwei Geld, beziehungsweise ich bekäme ja kein Geld, weil ich diese zwei gezogen habe. Ich bekomme also nur ein Geld. Und dieser Hooligan drückt sich vor alle anderen und ich muss diesen vor den normalen Meepeln oder vor den normalen Besuchern legen. Das heißt, die Hooligans klauen mir Geld oder behalten mir Geld vor und klauen mir die Siegpunkte. Danach setze ich noch diesen gelben und ich bekomme nur einen Siegpunkt diese Runde. Denkt nochmal daran bitte, auch wenn ihr hier vier Plätze für Meeple oder Besucher habt, ihr dürft hier nur so viele unterbringen, wie ihr auch Dinos habt. Also in dem Fall hier zwei, hier keinen, hier auch nochmal einen, weil wir den Hut schon gebaut haben oder eben ins Rax Max. Danach schauen wir noch kurz, haben wir den Sicherheitsstandard erfüllt. In diesem Fall kommen hier noch temporär zwei dazu. Das heißt, ich wäre hier auf Stufe vier. Ich habe aber nur Level drei. Das heißt, mein einziger zahlender Besucher wird von einem Dino gefressen. Ich bekomme also keine Siegpunkte. Das Geld bekomme ich trotzdem, weil das hat er gezahlt, bevor er in den Park kam. Aber der Siegpunkt geht mir flöten. Hätte ich jetzt trotzdem Siegpunkte bekommen, gebe ich die mir natürlich hier oben auf den Track, in dem Fall in einen, und danach kommt die Aufräumphase. In der Aufräumphase legen wir zuerst die Turnorder, also die Rundenreihenfolge, die Spielereihenfolge fest. Der Spieler, der am wenigsten Siegpunkte hat, ist in der nächsten Runde Erster. Das heißt, blau ist nächste Runde Erster, rot Zweiter. Als nächstes geht die Aufräumphase hier weiter. Immer, was in der ersten Zeile war, rutscht nach oben und fliegt raus. Diese werden nach oben weiter geschoben. Wäre das hier auch weg, rutscht das nach oben und wird dann durch ein neues Plättchen aufgefüllt, genauso wie diese Reihe. Wenn ihr hier ein günstigeres Plättchen aufdeckt, wird das nicht wie beim Setup oder den Kosten entsprechend sortiert, sondern es bleibt, wie es liegt. Als nächstes räumen wir hier die Phase 1 auf. Wir decken, wenn möglich, einen neuen Dino auf, der schon oder noch nicht benutzt wurde. Danach werden die Scientists resettet. Und natürlich auch die Worker kommen zurück auf unser Feld. Danach kommen die Besucher noch zurück in den Beutel. Und dann schauen wir, ob es einen Plottwist gibt, der am Ende der Runde ins Spiel kommt. Dieser sagt zum Beispiel, wir dürfen unseren Kühlschrank um eins erhöhen, oder ein Feld unseres Kühlschranks erhöhen, am Ende jeder Runde. Das wäre jetzt. Dann erhöhe ich einfach mal diesen Wert. Der Spieler, der bei Turnorder als erstes ist, wird für die nächste Runde Startspieler, wirft wieder diese fünf Würfel neu, platziert sie entsprechend. Und dann spielt ihr so lange, bis, wie gesagt, nur noch eine Karte nicht beansprucht wurde. Das leitet das Ende des Spiels ein. Dann spielt ihr noch so lange die Runde zu Ende. Es können, wie gesagt, noch diese Karten dann beansprucht werden, oder eine dieser Karten, die in der letzten Runde beansprucht wurde. Danach ist sie aber für alle gesperrt. Dann zählen wir die Punkte zusammen. Das sind zum einen die Punkte hier auf den Feldern, entsprechend, wie viele Dinos ihr im Gehege habt. Sprich, zwei Dinos, zwei Siegpunkte. Hättet ihr hier zwei Dinos, wären das schon vier Siegpunkte, und so weiter. Schaut, ob ihr auf den Attractions Siegpunkte habt. Gebt euch diese hierfür noch. Und dann bekommt ihr noch Punkte für die Objectives, die ihr erfüllt habt. In dem Fall wären das sechs, wenn ihr da eins erfüllt habt. Und fünf Münzen sind noch ein Siegpunkt am Spielende. Minuspunkte gibt es auch. Und zwar, für jedes leer stehende Gehege gibt es zehn volle Minuspunkte. Sprich, für dieses Gehege hätte ich zehn Minuspunkte, wenn ich hier kein Dino reingemacht habe im Laufe des Spiels. Die Siegpunkte hier oben werden natürlich immer mitgezählt, was ihr hier bekommen habt. Am Ende gewinnt, wie immer, der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Gibt es einen Gleichstand, gewinnt der Spieler, der das meiste Geld hat. Ihr habt gesehen, Dinosaur Island ist quasi, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Jurassic Park als Brettspiel. Wir haben ja diese vier Phasen und bauen so nach und nach unseren Park aus, züchten oder kreieren die neuen Dinos. Die bringen uns natürlich Gefahren. Man weiß ja, was passiert ist vielleicht. Genau, ich weiß nicht, warum alle Menschen immer wieder Dino-Parks bauen, obwohl es ja jedes Mal in die Hose geht. Wir machen es hier auch. Und das Ganze ist halt einfach ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Genau, von der Mechanik her, also es ist schon ein Worker-Placement-Spiel, wobei es natürlich in zwei Phasen unterteilt wird. In der ersten Phase tut man seine Wissenschaftler auf Bord platzieren, um hier entsprechend entweder DNA zu bekommen oder sein Kühlregal auszubauen oder vielleicht doch neue Dinos kreieren zu können. Das heißt, man braucht Rezepturen für Dinos, was sich ein bisschen komisch anhört. Das ist halt so. Man schüttelt da hier im Schälchen rum und guckt mal, was dabei rauskommt. Und beim zweiten ist es einfach, da hat man natürlich auf dem Phase-3-Bord bei sich seine Arbeiter und versucht, die Arbeiter zu platzieren und versucht eben hier entweder Geld zu machen oder natürlich die Sicherheitsstufe zu erhöhen. Die muss man erhöhen. Die Dino-Park, ja. Die muss man erhöhen. Weil ihr wisst ja, was passiert. Ihr wisst genau, was passiert. Die Dinos brechen aus und schwupp ist vielleicht der ein oder andere Besucher weg. Ja, das wollen wir vermeiden in diesem Spiel. Genau, diese Phasen, die es gibt, also diese Phase 1, 2, 3 und 4, die macht dieses mittelkomplexe Spiel aber eigentlich doch ziemlich zugänglich. Also ich finde, es ist relativ leicht erklärt, weil man jede Phase einzeln erklären kann. Ja, das greift auch nicht ganz so ineinander, sondern es ist wirklich schön strukturiert. Genau, man hat eigentlich wie vier Spiele. Das ist jetzt übertrieben, aber man hat so vier Phasen. Ich mache halt in der ersten Phase dieses mit den drei Wissenschaftlern. Dann kommt die zweite Phase, wo ich die zwei Aktionen habe. Da ist es übersichtlich, was ich zu tun habe. Die Phase 3 ist dann eigentlich die komplexeste. Weil je nachdem, was man da halt macht, muss man ein bisschen überlegen, ich brauche DNA für einen Dino. Der Dino muss aber in ein Gehege. Das Gehege muss dann genug Sicherheit bieten, sonst fressen die Dinos wieder irgendjemanden. Und die Phase 4 ist ja im Grunde bloß noch Punkte bekommen, Geld bekommen. Miepel nicht fressen lassen. Miepel nicht fressen lassen. Ja. Von der Zugänglichkeit her finde ich es eigentlich echt super. Das ist jetzt nichts für Familienspieler. Nee, natürlich nicht. Aber wenn man so Leute hat, die so ein bisschen... Passt das schon, oder? Ja, also ich würde sagen, so vom Level her würden wir sagen Kennerspiel. Weil es ist schön in diese vier Blöcke, sag ich mal, unterteilt. Es ist recht zugänglich. Momentan halt leider nur auf Englisch. Ja. Ich weiß noch nicht, wie sich das ändern wird, aber... Gut, ich finde jetzt, Englisch ist nicht ganz so schwierig. Man spielt ja auch eigentlich offen alles. Das heißt, man kann darüber sprechen, was wer kann. Englisch ist halt ein bisschen auf diesen Plotkarten und auf den Aufträgen. Aber wenn einer am Tisch Englisch kann, dann reicht das eigentlich. Er kann die Plotkarten erklären, er kann die Aufträge erklären. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, ähm... Was noch... Ja? Vom Material her... Ja, genau. Wollte das Material und die Grafik ansprechen. Material... Genau. Also... Wir haben die Extreme Edition. Ich weiß es nicht genau, wie sie sich unterscheidet zur Standard-Freetail Edition. Was wir hier haben, ist echt unglaublich gut. Wir haben das dicke Board, wo man die Würfel reinlegt. Ja. Wir haben diese krassen, guten Metallmünzen. Die sind echt mega Hammer. Und natürlich, ähm... Das alles ist aus Kunststoff. Die ganzen... Dinos. Nicht nur die Dinos, auch die Wörker und keine Ahnung. Ich glaube, die sind immer so. Das ist wirklich Pappe. Die Standardbögen waren auch mit drin. Also die Extreme Edition, wenn ihr so auf diese Sachen steht, guckt, dass ihr die Extreme Edition bekommt, weil die macht das Spiel echt nochmal richtig geil. Ich muss sagen, am Anfang war es erstmal so, wow, ist das bunt. Ja, es ist halt wirklich sehr bunt und sehr... Aber ich glaube, das ist so 70er, 80er-Jahre-Style. Also 80er-Jahre-Style, darauf lösen ein bisschen hinaus. Ja. Nicht abschrechen lassen. Mich hat es beim ersten Kickstarter abgeschreckt. Ich habe jetzt beim zweiten dann noch zugeschlagen und ich bereue es nicht. Zum Glück. Ich habe schon wieder richtig Lust drauf, das zu spielen. Also... Die Dinos wollen halt Dino-Spielen. Ja. Das ist das perfekte Dino-Spiel. Ja, absolut. Ja, also... Und, ähm... Damit wollen wir schon wieder Tschüss sagen. Genau, das war es von uns. Uns hat es gut gefallen. Ja. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich habe gehört, die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander. Entweder man liebt es oder man mag es halt doch nicht so. Lasst euch nicht von den Farben abschrecken. Nein, auf keinen Fall. Es ist echt ein super Spiel. Es macht richtig Spaß. Ihr merkt, wir sind ganz... Vielleicht, weil es Dinos sind. Wahrscheinlich. Ich denke mal, daran wird es liegen. Daher sagen wir jetzt einfach Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wie immer gerne Daumen da lassen. Einen Kommentar. Ein Abo. Ein Abo. Was auch immer. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Genau. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.